Grüß dich! Heute wieder ein paar Gedanken zum Advent. Wenn du zuschaut, wie die Schneeflocken fallen, oft weißt, der Advent kommt bald. Hoher wisst sie sich, es ist warm wie ein Sommer, drum ist weit am Brat keine Schlimmung mehr. Vielleicht ist dies die Gelegenheit, heute ein wenig zu denken. Advent heißt nicht gleich, schenken, schenken. Ein wenig Zeit nehmen, miteinander nicht nebeneinander leben, denen das nicht so gut geht, ein wenig was geben. Keks brauchen, Advent ganz binden, Keks zu zinken, in die Flamme schauen und ein Frieden finden. Schalt dein Radio auf, dich Advent muss auf, weil das Telefonleit nicht anhebt. Druck einfach drauf. Vielleicht gelingt es dir ein paar Minuten Kind zu sein. Das Herzschaft machen, den Moment zulassen, das war für ihn. Ich meine, das ist gemeint mit der schönsten Zeit im Jahr. Bei uns geht das schon noch, es ist nicht so schwer. Das wünsche ich dir, dass du ein Weihnachtsfrügel findest für dich. Ich weiß nicht, dass du ein Weihnachtsfrügel findest, was du hast deine Hoffnung und die Wätschung. Und das wieder zurück, dass du ein Weihnachtsfrügel findest. Vielen Dank.